schon ranked gespielt ja damals damals das gibt es nicht man wieso hatte ich zehn punkte schon wieder auf 30 bekommen auf krampf aber er hat nicht die bombe ein bisschen jungs wir brauchen noch eine bombe 200k wirst du leider niemals erreichen jepard wenn man so denkt wie du dann ist das auch so naja doch geier ne kann man halten halten ich schwöre es euch geht nicht alle wollen wir sehen bei dir nicht losgegangen doch hat ja keiner von euch geht gar nicht dann holen die heiß brause wenn du fliegst was soll ich brause ist eine hals brause die manche sind ja nicht brause du bist ein typ als brause sagte jetzt sind wir zu viert oh mein gott wo ist er denn der rechts oder links genau an der ecke auf der rechten seite unten links rechts unten genau da da hat er mal warte mal ei 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 wofür war das jetzt hier äther au ist er so weit komm ist er so weit weg da na soll ich den blend runter schmeißt du und dann versuchen oder das ich habe ihn ey du klauer wie würde das war mein erster kill heute oder wäre mein erster kill wäre wäre weißt du kill weil steifer nacken komm los komm ich ich fläche fläche ja komm fläche und dann ronna warte mal jungs einer war gerade oben einer schlecht oben lang schön ube durften trotz steifem hals ich guck nach rechts machen wir so kreuzfeier du drohnen entspannen ok 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 ah rechts ist einer das ist der einzige doch ist oben bei ihm gewesen ok was machen wir ok du läufst dann er ist auf der linken seite ube jetzt geht er wieder auf die rechte seite da wo du eben warst nice kannst du dich wieder belegen ua 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 bitte man danke schön call 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 ja keine ahnung ja der ist oben bei ihm aber doc hat ihn gefickt der ist oben bei ihm gewesen aber ist kein bloß mit wo ist dein schäfer digger oben bei ihm nach oben wer hat ihn gehabt etha hat ihn gehabt ach etha man warum läufst du nach oben wollen wir zurücklaufen oder willst du da längst ja wir müssen einen schäfer bekommen jetzt ja ja sonst will ich nach oben ok doc ist aber lau digger lau ist er ja aber wo ist er denn genau digger diese dreckigen fallen ne jungs die machen mich psychisch kaputt ja der kommt der kommt ah digger diese dreckigen drecks fallen ne geil geil one shot komm er läuft bestimmt jetzt hier nicht rein oder ah ah mark ist aber auch one shot hab's nicht vergessen ja keine steps digger keine steps ja warte du musst ja peet gedeckt ja du musst jetzt was machen digger geh hin jetzt ja er ist ja warte da oh digger soll ich dir ein fernglas geben oder was er ist weiß ja geiler warst du auch in die falle geraten na ich glaub schon ah diese dreckigen fallen live stream du sollst mir doch nicht nach machen digger du sollst es besser machen ach so ich dachte wegen teamwork Garflug was ist jetzt hier mit rucksack und so null kills sagst du ja ich warte erst mal hat dein scout dran z'n Loch oder was hm hä ich hab e-spec bruder ja ja merke ich der ist kaputt zerrissen warten sie ja wie lange soll ich denn jetzt warten bis du einschulung hast am schluss zählt mal die toten ja ach so also keine Eta komm her was machen wir ich muss das mal einfach hier so aufbinden hier die zwei wände müssen zugemacht werden es bleiben zehn sekunden es bleiben zehn sekunden es bleiben zehn sekunden der wird abgeschlossen nicht halt gelegt sicherheitsabstand halten nur noch fünf sekunden fünf sekunden die gegner haben belokativiert ne ich brauche hier noch die sind die die sind die die Ich bin mal mein Oldschool dann hier geblieben. Okay, ich höre sie bei Ost-Zieb. Ich setze den Herzschlagsensor ein. Oh, hier rechts. Okay. Warte mal. Okay. Er ist drin. Oh, ich habe vier Leute auf Radar. Oh, da kommt der aus. Rechts, äh, links. Wieso ist er nicht totgegangen? Jungs, ich bleibe hinten, ne? Ich habe eine andere Bombe. Ja. Okay, Treppe. Eter direkt geiern, nur weil der Leute sind. Treppe. Bleibt da hinten, Jungs. Bleibt da hinten. Danke für die Spritze, Digga. Bleib hinten. Kein Problem. Ja, es hat nur gegeben. Er ist direkt hier. Ah, er hat mich irgendwie. Bleibt sogar einer zu mir. Einer zu mir, Jungs. Schnell. Er kommt. Fick sie. Ja, genau, Eter. Sauber. Schönes Ding. Schönes Ding. Kurze Testo-Spritze bekommen und jetzt geht es weiter. Livestream. Pure Dominanz schreibt das Chat. Niko, danke. Okay, war doch gut. Jetzt einfach zurückziehen und warten. Dropper über die Agafi. Ich habe es gesehen. Wo denn? Ich bin unterwegs. Ich glaube, wir machen hier... Ah, schönes Ding. Ich bin tot. Schönes Ding. Wärst du auf Airsoft-Events gehen? Kann gut aus sein, sage ich mal so. Kann gut aus sein. Ne, Marc? Wir verraten nichts. Ah, ja. Sonst wäre das zum Abonnententreffen, sagst du? Ich befürchte es. 10.000 Leute am Start. Keiner mit einer Airsoft-Waffe. Die sind nur so gekommen. Im Endeffekt können wir unser eigenes Airsoft-Event machen. Ganz vorne? Dann wäre auch noch was, ne? Das heißt ganz vorne, welches Geschoss? Cockpit. Cockpit. Also oben. So bist du ja. Ne, nicht oben, sondern rechts. Genau. Das ist ganz vorne, also? Eingang. Hm, okay, verstehe. Campwechsel. Ja, kommt gleich. Das macht die Regie, Ligger. Was ist der nächste Kampf am 9. Oktober? Gibt es sogar noch Tickets zu? Ja, mal 9. November. Oh, einer guckt raus. Der Doc. Lassen wir mal hier einen Schaffer mit. Danke. Der Schaffer wurde zurückgeholt. Pass auf, die Geilen teilweise raus. Dann kriegen die. Oh shit, was war das? Ah ja. Hey. Das liegt ja alles... Oh man, gerade. Na, einer kommt hier. Auf ping. Der läuft nach hinten. Zu dir, Lopschi. Vorsicht, Eta. Ich schmeiß mal kurz ein Neld rein. Eins. Zwei. Und go. Hab irgendwas zerstört. Ich weiß aber nicht was. Ich schmeiß noch eine rein. Ich hab's dir noch gesagt. Ja, der hat gesagt. Ah, ist rechts, ist rechts. Nicht vor mir, Eta. Geh weg. Auf go. Mach nicht die. Da bist du. Ja, klar. Okay, Brohi. Blends drin. Ah, ich hab ihn fast gehabt. Weg, weg, weg. Alles gut, alles gut. Ah, ich hab ihn umgenockt. Hab ihn umgenockt. Holy shit. Diese Kacken fallen dir überall, Digga. Naja, was scheiße. Pass auf, er wird geheilt. Ich muss pushen. Ah, okay. Er wurde gerade geheilt, glaube ich. Oh fuck, Jungs. Ich glaube, er wurde geheilt. Oder ich hab da jemanden so an der Scheibe gesehen. Oder er ist so vorbeigerannt und hat sich verschanzt. Ich denke, wieso. Ich dachte, er holt ihn. Was? Ach, gar flug, das hab ich gesehen. Aber da war der E-Spec, ja. Ich kann überhaupt nicht verhandeln, der holen zu sein. Shit! Tobi! Alter. Ich glaube, er wird ihm nicht voll. Tobi, mach nicht diesen. Der kommt von hinter dir. Hinter dir! Da, wo du gerade gewünscht hast. Genau da kommt er. Entspann dich. Er weiß nicht, wo du bist. Entspann dich. Er hat er schon unten durch. Durch den Schlitz. Durch die Couch unten durch. Hast du das, äh, hast du den Koffer? Entschärfen? Ah, drück F, drück F. F. Ah ja. Selbst die Fußballer kriegt er nicht. Vielleicht fliegt er rein. Ich geh in den Schärfen, Brutti. Was machst du? Wo ist die Brumme? Ganz vorne, Digga. Der Koffer meinte er. Oh! Der ist oben, glaube ich. Schau, ich drehe mal ruhig. Ja! Sei mal ruhig, sag dir. Ich geb dir Calls, Mann. Ja, entspann dich. Digga, was ein Luck, Alter. Was ein Luck. Sei froh, dass du ihn überrascht hast. Guck mal, er hat mir da Watt geknutscht, Digga. Ah, der hat irgendwie gerade einen Schlag auf dem Weg. Er ist sogar, er ist sogar vor Schreck nach oben gesprungen. Vier Kills in einer Runde, Mann. Schönes Ding. Sauber, Tobias. Nimm Gaffnuck noch in den Rucksack. Ja, E-Sport-Vertrag. Geil. Ja, top. Sponsoring ist incoming. Gestern haben wir noch drüber geredet, Mann. Ja, ich weiß. Ganz lossteckende Vertrag. Ganz lossteckende Vertrag. Profitil ist incoming. Geil. Spielst du casual? Genau, ja. Sie kommen hier? Profitil ist er denn schon wieder da oben? Ach, oben ist er, oder? Ja, er will jetzt auf Krabb, weil du hast Kills. Ich hab Kills. Er kommt damit nicht klar. Ego. Probleme, ganz deutlich. Was ist auf links von meiner Tür hier? Links von meiner Tür. Was? Er legt nach auf ganz Krabb. Was ist das denn? Nice. Ich komm jetzt runter. Schön. Ich brauch noch eine. Ich brauch noch eine. Geh nicht vor mir, Liss. Geh nicht vor mir. Ah, okay. Zwei sind links in der Tür, Jungs. Zwei sind links. Boah, nein. Die haben Glass, Alter. Zwei sind links. Den rechten kann... Hör ich nicht. Oben ist auch noch einer. Drohne. Ihr dürft die Drohne ruhig kaputt machen, ist kein Problem. Glaubst du, ich bin bei dir? Ja, ich bin ja euch sicher nur ab. Ja, ich sicher mit ab, ne? Das ist ja ein Teamspiel. Ich glaub, ein Schild kommt jetzt. Ich hab aber keinen... Ja, die haben die Wichse. Eta, wir müssen gleich Vollgas geben, wenn die kommen. Ja. Lässt ihn nicht schießen, ich komm. Meinen Nacken, ich kann ihn kaum noch halten, Digga. Eta, hast du eine Spritze für mich? Push zu mir. Nee, ich bin hinter dir. Wir haben mehr Action. Hinter dir. Vorsicht, hier kommt was. Nice. Glass und Ding. Okay, zwei sind links, Eta. Zwei sind links, die kommen jetzt langsam. Zwei sind links und einer müsste jetzt kommen. Jungs, hier alle auf einen Flächen. Komm, komm, komm. Ey, ich brauch Verstärkung, ich brauch Verstärkung. Ich brauch Verstärkung. Jungs, ihr braucht Verstärkung. Wie oft noch, Alter? Ja, bitte Scheiße. Achtung. Nicht pieken, piek nicht, bitte. Tschö. Jams. Hier, hier, hier. Der ist auf der Liegenseite, der kommt jetzt. Der ist genau da. Lissen, du hast doch dein... Ah, zauber, Digga. Sehr schön. Schönes Ding, Digga. Sauber, zauber. Nochmal ganz kurz zum zeigen, bester Spieler, Fly, Uge, meine Daumen. Guckt's euch an. Volles Haar, keine Geheimratsecken, der Macker. Ey, Gafluck war jetzt der Rücksack, irgendwie. Also, Gafluck. Hallo? Gafluck? Da war man. Ich glaube, ich habe ihn mit in die Trainingstasche genommen. Schön, nicht mehr. Ich glaube, ich habe ihn mit in die Trainingstasche. Ich glaube, ich habe ihn mit in die Trainingstasche. Ich glaube, ich habe ihn mit in die Trainingstasche. Ich glaube, ich habe ihn mit in die Trainingstasche. Ich glaube, ich habe ihn mit in die Trainingstasche. Ich glaube, ich habe ihn mit in die Trainingstasche. Ich glaube, ich habe ihn mit in die Trainingstasche. Ich glaube, ich habe ihn mit in die Trainingstasche. Ich glaube, ich habe ihn mit in die Trainingstasche. Ich glaube, ich habe ihn mit in die Trainingstasche. Ich glaube, ich habe ihn mit in die Trainingstasche. Ich glaube, ich habe ihn mit in die Trainingstasche. Vielen Dank.